Ja Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Jetzt wieder außerhalb von Pharma, hast du dich gesehen? Pharma Actos und Viren gehen selbstverständlich nochmal rein, um uns da nochmal ordentlich umzuschauen. Wir wissen jetzt, dass man mit dem Pharmastuhl zu einem Event kommt, dass man höchstwahrscheinlich selber triggert. Und was es hier noch zu sehen gibt, das werden wir heute erfahren. Mal gucken. Wir müssen da nicht gut wie alles mögliche getötet haben. Und ich nehme aber halt an, dass dieses Event wirklich sehr selten gespielt wird. Also es wird vermutlich nichts Großartiges bei rauskommen bei dem Event. Weil ich habe es wirklich, wenn dann, sehr selten gesehen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich dieses Event jemals gesehen habe auf der Karte. Deswegen könnte es sein, dass man hier wenig bekommt oder es ist wenig bekannt. Eins von beiden. So, ich würde hier gerne in Ruhe chillen und lesen. Wäre das machbar? Wo seid denn hier? Über mir? Na gut, da könnt ihr bleiben. Alles Kloake. So. Testlog 31.05.75 Die Blätter enthalten zunehmend weniger Chlorophyll. Sie werden nicht nur an den Rändern braun, sondern sogar bis zum Stiel. So. Sondern sogar bis zum Stiel. Ich fürchte, der Versuch war ein kompletter Fehlschlag. Ich weiß nicht, ob es an der Konzentration des Destillats liegt oder an einer inkompatiblen Sequenz, dass keine Bindung zustande kommt. Es wäre an sich nicht so schlimm, wenn wir nicht Angst hätten, noch einmal die Zentrifuge zu benutzen. Aber nach dem Unfall von letzten Monat sind wir alle nervös. Leider scheint die beste Lösung, die wir bisher herstellen konnten, bei zu hoher Konzentration instabil zu werden. Explosiv instabil. Zum Glück wurde niemand verletzt. Wir sind sowieso nicht voll besetzt. Es werden nur mehr und mehr Praktikanten. Mann. Ich kann nicht glauben, dass ich am Memorial Day arbeiten muss. Arctus bezahlt mir definitiv zu wenig. Ist hier irgendwo ein Nest? Also. Ähm. Vielleicht ist, äh. Dieser Farberkonzert schuld daran, dass der Wolf gerade explodiert ist. Ich musste gerade echt kurz meinen Ton ausstellen, damit ich in Ruhe lesen kann. Stand da noch mehr? Nein. Okay. Ach, 77. 75. Testlog 17.04.77. Das heißt. Wo kommt ihr her? Sag mal. Irgendwann kann hier noch nichts mehr existieren, oder? Oder spawnt ihr ständig neu? Kann man nicht mal in Ruhe lesen? Ernsthaft. Habt ihr es jetzt? Okay. So. Oh, war jetzt der Monitor. Das kann doch nicht sein. Direkt über mir. Ach, der kommt doch direkt wieder auf mich zu. Das war ziemlich weit weg. Hä? So. Ich will nur den Scheiß lesen, bitte. Lasst mich. Nein, das habe ich schon gelesen. So. 14.07. Ja. Gut. Helfe, habe ich mir gerade den Arsch aufgerissen. Oh, da sollen die sich mal mit den Gulen prügeln. Laborwerkstatt. Kennen wir schon. Boah, das ist einfach viel zu groß hier. Ich kann das alles alleine gar nicht erkunden. Aber ist auch teilweise nichts. Ist das seltsame dran. Okay, hier sind wir bei den Fahrstühlen. Hier geht es raus, oder? Ah, man kann hier einfach hochgehen. Das ist cool. Nein, rein theoretisch kann ich auch einfach hoch springen. Gibt es genug Möglichkeiten. Ein Konferenzsaal. Nix. Da müsste ein Bot drinstecken, ist es aber nicht. Ah, ich denke, wir sind hier in der Chefetage, ne? Ja, sieht so aus. Das heißt, eventuell finden wir hier noch mal ein paar Terminals. Hallo. Was geht denn hier ab? Frachtbordsteuerungsterminal. Aktuellen Flugplan überprüfen. Oh, derzeit kein Kontakt mit Flug... Ah. Ah, so findet man den Frachtbord. Alles klar. Das heißt, dieses Event kann gar nicht so unbekannt sein, weil man hier auf jeden Fall landet. Alles für die Fahrt in der 6. Bauplan, Boxhandschuhe, ja, nehme ich. Ah. Ah, so findet man den also. So, was haben wir hier noch? Offline, funktionstüchtig. Farmer Bot JD7E. Testfeld 14. Warnung, Warnung. Fehler bei Anfrageverarbeitung. Keine Farm Bots gefunden. Also, ein Farmbot ist tüchtig. Er ist funktionstüchtig. Nicht tüchtig. Der hängt wahrscheinlich irgendwo faul in der Ecke. Aber ein Farmbot funktioniert. Und ich frage mich, ob man den quasi wieder herstellen kann. Ah, hier geht's... Ah, nee. Hier geht's gar nicht höher. Wir waren schon da oben. Wir sind jetzt nur runtergesprungen. Mal wieder. Es kommt mir vor, als würde ich immer den gleichen Gang langlaufen. Huch. Puhre Finst Dennis. Wo führst du mich hin, Finst Dennis? In die Chefetage? Aufs Dach! Oh mein Gott, ich kann doch mehr Leute zusammen schlagen. Ja! Komm hier. Geht doch. Und gucken, was es hier so schönes gibt. Selbstmord gibt's hier auf jeden Fall. Wenn man Bock hat. Dann kann man höchstwahrscheinlich runter... Dazu sag ich einfach mal nix. Runterfallen, wenn man möchte. Wir sollten langsam wieder Essen trinken. Ah, hier geht's wieder runter. Hast du Essen dabei? Wir sind eh auf der Suche nach der Küche, ne? Na gut. Springen wir mal hier runter. Zurück in der Chefetage. Ja, hier waren wir auch schon. Dann müssen wir eigentlich runter, ne? Die unteren Ebenen mal kunden. Wenn wir Schrauben finden, wäre das geil. Ah, hier mach ich doch nicht! Eine Bastelwerkstatt. Dankeschön. Bauplan Bastelwerkbank. Ah, gut. Ah, wenn man das alles vorher gewusst hätte, wo man die Dinger findet, ne? Hm. Ist das so eine Art Küche hier? Ich vermute, dass man hier nur Hundertfutter finden würde. Aber nicht mal das. Injektor, ja. Testprotokoll 12.03.78 oder was? Keine Ahnung. Testlog 31278A14. Augen wirken glasig. Blutdruck und Herzfrequenz des Subjekts sind verringert. Diese neue Lösung scheint eine vasovagale Reaktion in Subjekten mit komplementärer DNS zu bewirken. Keine weitere Verlagerung. Das ist sinnlos. Ich weiß nicht, wie viel von den beobachteten Mutationen auf die Strahlung zurückzuführen ist und wie viel auf die Verbindung, an der wir arbeiten. Ich verstehe nicht, wie Samsons die Freigabe für aerosolierende Tests erhalten konnte, bevor die Laborversuche abgeschlossen waren. Haben wir diese Hautkrankheit verursacht oder ist es nur eine Mutation? Und was ist mit denen, die ihren Verstand verlieren? Fantastisch. Die Sicherung ist gerade durchgebrannt. Dieser Winter fordert sein Tribut vom Labor. Ich werde mich lieber darum kümmern, bevor die Pflanzen erfrieren. So, so, so. Hier wurden die Mutationen also erstmals entwickelt und dann anscheinend an Tieren getestet. Schau, dass man hier sonst nichts findet als Mutationen. Aber vielleicht habe ich irgendwo ein Terminal vergessen. Es ist halt so riesig hier. Hier liegt bestimmt irgendwas Wichtiges rum und ich werde es im Leben nicht finden. Man dürfte meinen, dass hier zumindest irgendwas Wichtiges liegt. Oh! Hallo, safe! Wisst ihr, sowas übersieht man einfach richtig einfach. Man läuft einfach dran vorbei. Und ich wette, da ist jetzt die Kochmütze drin. Komm schon. Junge, Junge. Das ist eine Stufe 1, Schloss. Eins. Technische Daten, Vorkriegsgeld, ja. Dies hat sich schon mal nicht gelohnt. Ja, ich würde sagen, wir werden auf jeden Fall gleich mal gucken, ob wir die letzten Fotos schießen können. Das einzige Schwere wird höchstwahrscheinlich das Opossum werden, weil ich natürlich in der Stadt öfters was gesehen habe. Mal gucken. Ich bin halt dafür, dass wir jetzt irgendwie die letzten Fotos schießen, weil es bringt halt nichts, dass wenn das letzte Play vorbei ist, wir dann den Rucksack kriegen. Ich würde ihn gerne ein bisschen fixer zusammenkriegen. Deswegen wäre das mein Vorschlag. Wir können jetzt 310 tragen. Ich weiß nicht, was so ein Rucksack gibt, aber auf 400 wäre schon echt nice. Na gut, hier gibt es nicht mehr zu sehen. Auf 400 wäre schon nice. Ist ein neuer Spieler. Oh, wie süß. Der bleibt es. Okay. Ähm. Kurz mal Ausschau halten, ob es hier irgendwas Wichtiges gibt. Einsturzgefahr. Gnade aus der Zensers. Nö. Keine schönen Events gerade auf der Map. Schade. Auf jeden Fall. Wir müssen noch ein Skorpion fotografieren. Äh. Und eine Menge Mirelurks. Ähm. Die Königin könnten wir bei uns zu Hause finden. Wenn nicht heute, dann irgendwann. Aber wir gehen mal kurz kurz nach Hause. Ähm. Gucken wir, ob die Königin rauskommt. Wenn ja, wäre das auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Dann brauchen wir einen Jäger, einen König und etwas, was ich nicht lesen kann. So, gucken wir mal. Wir müssen ja eh essen und so. Dann würden wir auch ein bisschen Fleisch rausbekommen aus der Tusse. So. Wird nur schwer sein, sie zu töten mit den jetzigen Mitteln, weil ich habe jetzt wieder kaum Munition für meine dicke Waffe. Komm raus, spielen. Hallo. Ich beklau dein Futter. Vielleicht ist das der Auslöser. Wenn man hier das Futter klaut. So. Das Tier ist irgendwie verendet. Ich weiß nicht wie, aber wir nehmen jetzt das Fleisch von dem verendeten Tier, dessen Tod wir nicht kennen und essen ist. Das ist Survival-Bur. So macht man das, Freunde. Wenn ihr mal irgendwo auf der einsamen Insel gestrandet seid, und irgendwo in der Pfütze ein totes Tier findet, esst es ruhig. Es wird schon nicht so schlimm sein. Schade, keine Myologs. Leider, leider nicht. Aber wir haben ein bisschen Essen gefunden. Das reicht mir schon. Dann ziehen wir jetzt noch ein bisschen Wasser ab. Aber ich denke mal, jeder Besucher hier hat mir mein Wasser sowieso schon abgezogen. Das heißt, es könnte leer sein. Yay. Mein Wasser ist da. Ich könnte es zwar abschließen, aber ich teile mein Wasser. Gerne mit anderen. Ich könnte es auch weg. Linke Arm, Flammenwerfer, Schrotflinte, schaffst du mir. Wir hatten mehr zuerst da, als ich dachte. Okay, erst mal Water. Das ziehen wir uns auch rein. Dann ziehe ich mir jetzt alles rein. Hier, komm. Ich wollte schon sagen, wir haben Possumfleisch. Wie sollen wir kein Foto gemacht? Nein, war es leider nicht. Was auch immer du bist. Schnappriert. Irgendwas kann man da bestimmt draus machen. Ich könnte mir auch schon vorstellen, was man machen kann. Ähm. Hallo. Hä? Erstellen. Wir haben wieder eine neue Fusionsart, ne? Ultrazit 5,56. Aber rein des violettes Flugs haben wir nur einmal. Hier ist nicht das, was ich meine. Ähm. War das hier? Hallo? Schnappriert. Für Heilmittel. Äh. Sehr schön. Das heißt, ich weiß jetzt, wo ich Schnappriert finde. Äh. Feuerhut ist auch kein Problem. Blutblatt müsste auch kein Problem sein. Wir müssen ein Heilmittel herstellen. Eine Heilsalbe. Was genau so einfach ist. Und ein Antibiotika. Das ist ein Rezept, das wir nicht kennen. Ja, geil. Äh. Ja, gut. Äh. Ja. Gut gelaufen. Na gut. Gucken wir erstmal nach Fotos. Hallo, cool. Play. Äh. Wir brauchen Skorpione. Und ich würde sagen, äh. Wir werden versuchen, hier noch irgendwas zu erkunden. Da wird es bestimmt irgendwas geben. Aber ich mach mal kurz einen Boxenstopp hier hin. So, ich hab hier gesehen, wir haben noch Hof von Grafton Steel, haben wir noch nicht gesehen. Und das Poseidon-Umspannwerk. Guck mal, vielleicht finden wir auf dem Weg dahin irgendwas, was wir suchen. Ansonsten für die Meierlurks müssen wir natürlich an See. Nur die Königin. Ah, die könnten wir ja unten bekommen, ne. Mal gucken. Oh, von Grafton Steel. Was kann man denn hier machen? Essen, Blei, Stahl, okay. Wasser, Kupfer, Öl. Hört sich ja schon mal ganz gut an, ne. Haben wir hier Meierlurks. Kommt schon, Jungs. Hier ist Wasser. Jawoll. Hier steht doch auf Wasser. Das weiß sie doch. So, du bist ein Meierlurk. Räuchte noch einen Jäger, ne. Ich vermute mal, du bist einfach nur, äh, die Meierlurk-Krabbe. Das dürfte die Krabbe sein. Ich glaube nicht, dass das der Jäger war. Aber wir können da immer ganz kurz nachgucken. Äh, kriege ich die Kunde, ne. Ja, das war die Krabbe. Wir brauchen noch König, Jäger und Königin. Hätte ich das nur früher gewusst, ne. Äh. Oh, könnten wir hier auf sowas stoßen. Äh. Eigentlich im Sumpf. Eigentlich ja im Sumpf, ne. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, darauf zu treffen, im Sumpf ist es am höchsten. Also, quasi bei mir um die Ecke. Eventuell. Wir haben ja dieses bodenlose Loch bei uns. Da ist nicht immer nur ein Angler drinne, sondern auch ab und zu ein König, hab ich gesehen. Eventuell wäre das eine Möglichkeit. Bin ich ja quasi umsonst jetzt hierher gereist, aber egal. Das passt schon. Das passt schon. Oh, guck mal, ne Hüte. Mit ner Tartofpflanze. Und Klebeband. Und ner fliegende Kanne. Cool. Ich hab sie umgestoßen. Der Mythos ist zerstört. Eisen. Nehmen wir definitiv mit. Wir brauchen Stahlschrott. Geben wir auch ein cooles Zuhause. So am See. Leider ist die Hütte hier im Weg. Okay, wir wollten noch. Ja. Im Umspannwerk wird es nicht viel zu sehen geben. Ich glaube, wir gucken ins bodenlose Loch da. In Big Boar. Mit ein bisschen Glück. Ist da quasi ein König. Ich weiß jetzt aber nicht. Miloq Jäger. Sieht da komplett anders aus. Und dann in der nächsten Folge würde ich sagen. Gehen wir kurz rüber. Und machen ein paar Tests. Das kann ein bisschen dauern. Aber irgendwann müssen wir die Tests machen. Geht nicht anders. Du hast ja nur so ne billige Kopfhörer oder? Aluminium meine ich ja. Alles dasselbe. Kupfer, Aluminium. Ist ja auch egal. So. Du bist ja. Gut. Perfekt. Wächst direkt vor meiner Haustür. Ich habe es jetzt nicht aufgesammelt. Weil sie natürlich verschimmelt. Und es hätte keinen Sinn. Die Königin wird hier auch eines Tages auftauchen. Also. Ich glaube fest dran. Oder wir fangen halt einfach an den Sumpf komplett zu erkunden. Gibt bestimmt noch Stellen die wir nicht kennen. Hier in diesem Bereich zum Beispiel. Vielleicht auch hier. Oder da. Da ist auch ein See. Das wäre ja perfekt wenn wir mal um den See laufen. Schauen wir mal. Aber erst mal zu Big Moor. Wo laufe ich überhaupt hin? Ja. Ein paar Zecken habe ich besiegt. Da war eine Kröte. Und ich glaube diese Kröte. War der Gegner der hier unten normalerweise rumhaust. Ja. Ja scheiße. Aber es hat auch irgendwas mit einer Anbetung zu tun. Wenn ich mir das so angucke. Ein Siedler. Was war das für ein Geräusch? Also hier ging es definitiv auch darum. Menschenopfer zu machen. Ja gut. Schade. Schade. Schade Schade Schokolade. Hätte sein können dass hier auch ein König rum fliegt. Was war das denn gerade? Ich gehe hier weg. Das ist gruselig. Ja Freunde. Ich würde sagen wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Und dann werden ein paar Tests gemacht. Weil irgendwann müssen wir die machen. Und dann gucken wir mal was die aktuelle Lage sagt. Und vielleicht kriegen wir ja schon einen Rucksack. Kann ja sein dass wir schon nach den Tests alles haben was wir brauchen. Mal gucken. Haut rein. Euer Zero. Tschüss. 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 Tschüss.